Ja dann so eine Hose. Ach ja, das ist so typisch Marien. Dann noch eine Hose. Aber nur weil die runtergesetzt war, habe ich die genommen. Gingen die auch noch knapper? Oh Haarfräulein. Was ist los? Willst du bald dem Artemis arbeiten? Und das hier. Einen wunderschönen guten Morgen wünscht da draußen meine Lieben. Wir suchen jetzt einmal hier die kleinen Mäuse raus. Hier. Weißt du zufällig wo der Pool ist? Ja. Ich weiß gerade gar nicht wo ich ihn hingetan habe. Es ist so warm, auch wenn es bewölkt ist. Ach so Leute im Übrigen. Ich musste so schmunzeln. Matthias hat mir die Forensicht geschickt von dem Video, was gestern Abend online ging. Und da habe ich erst mal gesehen, wie oft man meine, nee wir gehen jetzt erst mal raus wegen dem Pool, wie oft man meine Tapes sieht hier von meiner Haarverlängerung, Haarverdichtung. Und ich habe mir erst mal einen Termin klar gemacht. Also ich soll ja morgen anrufen, dass ich ganz schnell einen Termin bekomme, um mir die hochsetzen zu lassen. Hier. Nuri, gehst du raus bitte? Ruf sie mal bitte! Nuri! Mama, kannst du deinen Helmut machen? Na klar. Mamas war ein Fahrradfahrt. Was ist das, wenn sie in den Pool reinfallen? Da kann nichts passieren, da ist nicht aufgepustet. Was ist das? Das ist gleich wieder weg, ne? Das ist das Ablassteil. Wo wollen wir den hinstellen? Hier? Ja, eher da hinten, oder? Dass er nicht stört, weil wenn er voll ist, ist er voll. Hier ist was zum Flicken. Oh, das ist gut. Mach das mal in die Küchenschublade. Ich hole mal das Wasser und du baust den hinten auf. Ähm, das war süß gewesen. Ich habe mir heute Frühjahr diesen Napf da, also das Katzenbecken, ähm, wieder voll gemacht. Und er hat es gebackt, wegen dem Wasserstrahl. Nuri? Also sie hat auf jeden Fall keine Angst und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt mal den Poolstrahl fertig, dass sie, wenn sie Bock hat, da auch rein kann. Ja, aber am Wochenende, okay, wir machen es neu. Dann mach einfach auf. Ach, ist ja süß. Darf ich? Warte, ich mach dir die Sperre rein. Ich mach die Sperre rein. Den Boden ein bisschen glatt ziehen? Nein, nicht die Sperre! Doch, ich mach die Sperre rein. Jetzt geh, Mabel, ich leg das hier rein. Nein, du, du lass uns doch halten. Hey! Oh! Also, Mabel, schön gekürmt. Das Wasser ist auch so warm. Mhm. Aber es ist ja ganz heiß. Ich mach noch. Sehr schön. Okay, früher! works im Saur Bauch. Ich mach mich. Ich bin gleich zur Seite. Okay, das geht nicht mehr. Nuri! Nuri! Nuri, komm mal her, Fein! Fein! Guck mal her! Guck mal her! Nuri! Nuri! Ja, sie konnte nicht rein! Sie hat ihn schaut auf jeden Fall um. Nuri! 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 Das ist hier schön. Sieht auch gut aus. Ja, dann so eine Hose. Ach ja, das ist so typisch Marlenen. Dann noch eine Hose. Aber nur weil die runter gesetzt war, habe ich die genommen. Ging die auch noch knapper? Oha Fräulein. Nuri! Nuri! Was ist los? Willst du bei dem Artemis arbeiten? Nuri! 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 Jetzt zeige ich dir ein dreckiges Wohnzimmer, oder was? Alexa, Küche an. Okay, warum filmst du mich so in dieser Situation? Alexa, Küche an. Okay, probieren wir mal, ob sie mich anspringt. Nee. Nee, kannst du nicht umlungern. Essenszeit. Ja, stimmt. Essenszeit. So, Backofen rein, da musst du jetzt rein. Was gibt's denn jetzt hier heute? Marlen hat sich gemacht gehabt, so Gurkowole, aber... Ich weiß nicht. Das war nicht Guacamole. Kannst du bitte aufhören. Sie fühlt sich gemobbt von dir. Ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Wenigstens einmal kurz hier dran lecken. Nein, nein. Hat der Hund auch gemacht. Ehrlich? Also Charlie. Wir müssen sich mal mieten. Komm hin. Guck mal, kein Tier kriegt bei uns was zu essen. Was? Kein Tier kriegt bei uns was zu essen. Ist immer voll gefüllt, aber der Hund ist schneller. Ja. Ja. Ich glaub, also auch, dass der Hund... Ich möchte sie kurz ein bisschen streicheln. Tja, ne? Was macht sie? Was möchtest du denn? Ein paar Tomaten? Malen, machst du schon mal Backpapier rauf? Ja, der muss kurz einmal durchgeschrubbt werden. Okay, der wurde jetzt einmal durchgeschrubbt. Das ist noch mal von den Seiten. Das ist noch mal am Kopf. Okay, da eins. Hast du's jetzt mal? Tja? Ja, guck mal, wie lange Marzi kommt. Marzi kriegt schon richtig Panik. Wo ist denn Backpapier? Unten in der Verbreitung. Hallo. Sag mal was. Du schlägst die Scheibe vom Knoblauch. So, willst du noch was sagen? Das war's sonst. Sag jetzt gute Nacht, tschüss und schlaft schön. Tschüss. Mama, wieso filmt er mich so komisch? Das ist einfach Action-Kamera. Ist er weg? Nein. Das ist mein Hahn. Ja, ich film ihn richtig. Ich film sie. Oh, das ist dezent in meinen Haaren. Ja. Ja, film deine Brust. Einmal gut zu lagern. Dann ist er so weit, dass du weg zum Winkel denkst. Hä? Ach, das sind ja alle. Was ist denn schon? Stimmt ja nicht mit dir? Krieg ich mir doch ins Gesicht? In my face. Ja, ihr sind jetzt gleich dabei.